Bei dem Essen. Eine Einzeltruhe hinter uns. Hm. Haben wir ein Stick? Wir haben ein Stick. Okay. Hm, haben wir irgendwelche Samen oder so? Boah, hier sind Seeds. Hatten wir irgendwo gerabelt? Hm, ich glaube... Kann vielleicht sein, dass wir was haben. Boah, das sind die reinen Schizzlequests jetzt. Toll einkochen. Ein, was? Ein Elektron Input, was ist das? Muss ich holen. Oh, das kommt da hin, das kommt da hin. Ah, ich geh mal eben unten ein paar Dinger an. Bauen hab ich gar keinen mit. Hm? Fick dich. Komm, die spinnen oder was? Ja. Ja, ich will jetzt noch was anbauen. Ich will jetzt noch ein paar Sachen anbauen. Ja, wir essen uns. Haben wir keine Pilze oder so'n Quatsch? Ja, nur, ne? Pilze? Na, glaub ich nicht. Doch, doch, doch. Dede, komm mal zurück. Äh, warte, 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 warte. Ich hab Essen für dich. Hm. Trinken? Im Laden? Ja. Cool. Eine Sieb. Eine Sieb. Eine Sieb. Ein Stück hab ich. Eine Sieb. Eine Sieb. Ein Stück hab ich. Eine Sieb. Eine Sieb. Hier sind auch noch Melonen drinnen. Kürbisse können wir natürlich nicht essen. Poison Potato, Alter. Was für ne Verhasche. Kürbisse können wir essen, aber da brauchen wir Eier. So. Apropos Eier. Haben wir irgendwo Eier? Ja, hinten hier. Oh. Da unten sind nämlich auch Hühner, deswegen passt das ganz gut. Deswegen auch nicht die Hühner töten. Wir haben unten eine Hühnerstatue, wo du ab und zu mal Eier rauskriegst. Wir rufen aber so lange. Das ist ja wirklich. Irgendwie Holz. Achso. Dann brennen wir erstmal da. Ein Squirble. Dann brennen wir. Ey. Wie ist das? Gott ist bei beiden noch kein Huhn rausgekommen. Weil ich eigentlich ein Gehege bauen wollte. Wir bräuchten mal so eine... Wir bräuchten mal so... Weed Seeds. Ich habe einen in der Tasche Du holst jetzt gerade in die Etage wieder rein und wieder was anbauen Gut Oh komm mach doch mal schneller Ach ich habe keine Ding mit Hier können Weeds noch angebaut werden Hier baue ich Weeds Seeds an Und hier baue ich noch paar Melons an Fertig Hast du eine Hohe oder soll ich eine Hohe? Ich gucke gerade in meine Ender Chess Kiste Naja ich habe keine Hohe mit Bei den Minuten muss stimmen Okay Das haben wir auch und dann Wie viele brauchen wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Okay So ist jetzt gleich noch zwei Lava-Eimer baue ich gleich Und zwar dieses Konkret Nein 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 nicht alles nicht alles nicht alles nicht alles nicht Nein 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 hier nicht Hier machen wir auch Melon Feld hin Nein 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 Nur hinten dieses kleine noch Ein Proven Crafter und ein Trializer So Hier baut du auch eine Melone ab Dann hast du Essen Nimm dir auch eine Melone mit Nimm dir auch eine Melone mit Da hängt ein Müll ehrlich Ich habe Black Steel das Das hat das jetzt schon gemacht gell? Naja das Black Steel das haben wir noch nicht gemacht Hau mal das Jünchen Vielleicht kriegst du auch ein Ei Und Ja das Hau mal das Jünchen Unten auf das Schwarz halten Hast du ein Ei bekommen? So Schade Aber das sind Ne das Jünchen Können müssen wir mit dem Lasse holen Oder so Und das muss man brennen Und das muss man brennen Die sind ja gar nicht irgendwo ein Stück Die wollen ja irgendwas anderes fressen Oder? Ja ich fress jetzt Melon Ach äh Körner fressen die Ja lass mal nachher erstmal nochmal In Stingles gehen Aber ich wollte eben Knochenmehl holen Und die eben Powern Damit das schon mal fertig ist Gibt's noch Knochen Okay Sugar Also wer hat Sugar bei den Erzten hingetan? Der ist der Held Sugar bei den Erzten? Keine Ahnung Der ist mein persönlicher Held Ja Ich mach mal eben bisschen Weizen fertig Mit dem Knochenmehl Okay Jetzt rastet wieder aus mit Questen Nein ich doch nicht Ich bin der Meinung Dass ich das beim ersten Mal Nämlich auch schon gemacht habe Und deswegen wusste ich schon So wissen wie das geht 3 Good Packs 3 Good Packs auch Und ne neue Rüstung Goldherz Und Kohle Ey ich hab 40 Cookie Karten Cookie? 40 Cookie Karten Boah alter geil Ich hab 12 Dann holt mal den ganzen Cookies raus Ja wir haben jetzt mal Lass mal Decals hier rein Na wir lassen mal Cookies Boahs hier rein klatschen Anderes Zeug Ich bin hier rein Oh die Cookie Karten ne Die hatte ich nicht Äh So Das ist jetzt wieder alles Teile die mal wieder auf Teile die mal wieder auf Ja Ich stehe jetzt einfach ein wenig in den Foodpiste oder so Oh Dede So wie ich das letztes Mal auch schon gemacht hab Mit der Fail Aufnahme Einfach in den Foodpiste oder so Ja schmeiß in den Foodpiste Wir sind ja ein bisschen schlauer geworden diesmal Ja Ich hab die ja aufgeteilt Ja So 2 Stacks Oh du hast auch schon ein paar So Nimm ein Stack mit Fast Nimm ein halb Stack mit Und ein paar Wie jeden sind dann paar drin Okay Mpa Mpa So ich mach jetzt paar Brote noch fertig Und dann Mpa Mpa Spice Wie so Dann nach Prometheus gucken Wiederholung wahrscheinlich Hallo Alter Dac Cookies nice Mehr als da Das kommt doch hier mit rein Äh Flash Gehen wir wieder unten in die Höhle Ja ich wollte eben Brot fertig machen Brot Hast du auch Brot? Ich hab jetzt so n bisschen Melonencrufen Dann werde ich das mal überlegen. Ich guck erstmal, ob unten schon was jetzt unten abgeht. Ich hab noch Sachen bei dem Inventar, die ich alle raus habe. Wir haben eine Rüstung. Die tue ich hier oben rein. Das kann weg. Ich hab noch Glas. Ich will den Inventar so leer haben, dass ich genug mitnehmen kann. Coins. Schwerter. Zäune. So, alles so voll aussortiert. So, Data. Dirtcreeper direkt wieder in die Fresse gekriegt. Ach, ihr weißt das ganze, ich denke du bist hier oben, ne? Aber das ist Centus neben mir gewesen. Ich hab mich schon die ganze Zeit gewundert. Ja. Ja. Ist halt so ne Flash. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Gucken kann. Ich komme, Data! Ich hab noch drei Herzen. Boah, ich hab voll lecker ab dem. Was hast du gemacht? Ich hab ähm, Superjump gemacht. Drei halbe Stunde haben wir schon, ne? Jo, ich seh's. Und zwei Stunden. Ähm. Drei Stunden schon. Ja. Drei. Ich weiß doch nichts. Er macht das immer einfach anders. Er macht das immer einfach anders. Ich mach Viertelstunden, Parf. Sagen wir Viertelstunde, er macht 10 Minuten raus. Das ist Pfleisch. Ja. Das Arschgesicht. Ja. Na, Data? Wer startet? Da, da, da. Ich hab tatsächlich rechtsklicken, da kommt etwas aus der Haus. Ja? Ja. Ja. Ja.